Sie macht ohne ihr Baby Urlaub Loredana Wollny wurde durch die RTL2-Reality-Show Die Wollnys Deutschlandweit bekannt. Seit vielen Jahren schon verfolgt die Sendung das turbulente Leben der Großfamilie. Inzwischen ist das Nesthäkchen der Familie mit ihrem Freund Servet verlobt und seit einigen Wochen stolze Mutter eines kleinen Sohnes. Doch jetzt flogen Loredana und Servet ohne ihr rund 13 Wochen altes Baby in den Urlaub. Servet und ich sind heute ganz spontan nach Istanbul geflogen, berichtet die 18-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ihren Sohn Aurelio haben die beiden jedoch nicht mitgenommen. Er ist in der Obhut von Oma Silvia Wollny. Aurelio ist bei Oma, erklärt der, was es mit dem Istanbul-Trip auf sich hat, möchte Loredana ihren Fans in den kommenden Tagen verraten. Bisher äußerte sie lediglich, ich freue mich und bin gespannt, was auf uns zukommt. Kurz vor Weihnachten hatte der Reality-Star ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Sohn Aurelio konnte es wohl kaum erwarten, seine beiden Eltern kennenzulernen, denn er kam vier Wochen zu früh. Nach der Geburt folgte eine Funkstille im Netz. In einer Fragerunde gab die neue Mama jetzt einen Einblick in das Leben mit Baby. Manchmal ist es echt viel. Aber ich mache alles super gerne und es macht mir sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.